Lieber Messi, da sind wir schon wieder, Freunde. Barca-Fans weltweit sind immer noch in Schockstarre, aber der Abgang des Goats bahnt sich immer weiter an. Die Indizien verdichten sich, dass es in Richtung Manchester gehen wird. Und die große Frage ist nur, kann La Puga seinen Vertrag auflösen oder wird Ablöse bezahlt werden müssen? Scheinbar hat Messi nochmal untermauert, dass er es ernst meint und es sieht nicht so aus, als gäbe es einen Weg zurück. Und während das in irgendwelchen Hinterzimmern Ausball dobert wird, haben wir uns überlegt, könnte es sein, und liebe Barca-Fans, vielleicht geht ihr mal ganz kurz raus in den Garten, holt euch einen Stock zum Draufbeißen, könnte es sein, dass der Abgang von La Puga für beide Seiten das Beste ist? Auch für Barcelona? Ich habe mir mal ein paar Gründe überlegt. Klar, den allerbesten Fußballer aller Zeiten in der eigenen Mannschaft zu haben, ist tendenziell nicht verkehrt. Damit fährt man für gewöhnlich nicht so schlecht. Auch Barca nicht in der Vergangenheit. Aber gerade in der abgelaufenen Saison hat sich Barcelona doch sehr, sehr abhängig von Lionel Messi gemacht. Und das ist ja prinzipiell erstmal nichts Negatives. Statistisch stellt sich das Ganze dann so dar. In der abgelaufenen Saison hat er in La Liga 25 Tore und 21 Assists geliefert. Mal ganz kurz, für einen 33-Jährigen absolut, absolut unglaubliche Statistiken. Und ganz klarer Handlitz dafür, dass er weiterhin einer der absolut besten Fußballer ist, die hier so rumlaufen. Aber das bedeutet auch, dass er an 54% aller Barca-Tore direkt beteiligt war. Das liegt natürlich nicht nur daran, dass Messi so gut ist, sondern auch daran, dass andere Spieler, Antoine Griezmann, nicht so geliefert haben, wie man es sich vor der Saison erhofft hat. Und so gut dieser Wert, 54%, absolut unglaublich, natürlich ist, hat es auf negative Seiten. Denn er blockiert damit die Entwicklung von anderen Leuten. Sowas sollte an sich besser verteilt sein. Eine Mannschaft ist immer nur so gut wie das schwächste Glied und eben nicht das stärkste. Es wird bei Barcelona so oder so eine Zeit nach Messi geben. Und deshalb ist es wichtig, dass die Spieler, die dann wichtig werden, jetzt schon ihre Einsatzzeiten bekommen und sich jetzt schon entwickeln können. Zum Beispiel ein Ansu Fati. Und natürlich profitiert jeder davon, mit Lionel Messi zu trainieren. Aber noch mehr profitiert man davon, zu spielen. Ob mit oder ohne Messi. Und wie gesagt, liebe Barca-Fans, es tut mir sehr leid. Die Zeit nach Messi gibt es so oder so. Warum also nicht jetzt schon versuchen, die offensive Last von den Schultern von Lionel Messi zu nehmen und auf Leute zu verteilen, die die Zukunft von Barcelona prägen sollen. Zweitens. Messi war in den letzten Jahren Make-up. Nicht für sich selbst. Und das ist gar keine Kritik an Lionel Messi. Das ist eine Kritik an Bartomeu und dem Vorstand des FC Barcelona. Denn die machen seit Jahren katastrophal schlechte Arbeiten. Ganz einfach. Ich meine, die haben fast 400 Millionen für Griezmann, Dembele und Coutinho bezahlt. Ja, Coutinho. So. Und trotzdem hatte man Erfolg. Natürlich dank Lionel Messi. Denn der gute Mann holt die Kohlen immer noch aus dem Feuer. Er ist, wie gesagt, einer der Besten der Welt. Und man hat trotzdem Pokale gewonnen. Und frei nach dem Basketball-Motto, wer trifft, hat recht, konnte man dann sagen im Vorstand, naja gut, so schlecht kann unsere Arbeit ja gar nicht sein, denn wir gewinnen ja immer noch Titel. Die Arbeit war aber katastrophal. Sie war so schlecht, dass Lionel Messi deshalb gehen möchte. Und jetzt fragt ihr euch, wie ist daran irgendwas Positives, was du mir gerade erzählst? Tja, relativ einfach. Wenn Messi geht und Barca, und das wird wahrscheinlich passieren, abschmiert, also so richtig gut werden die nächsten Jahre nicht aussehen, dann wird Bartomeu nicht zu halten sein. Denn vermutlich ist er sogar schon relativ schnell weg, nachdem Lionel Messi den Verein verlassen hat. Und das wäre für Barca eigentlich das Beste, was ihm passieren könnte. Man kann also sagen, wenn man so will, durch seinen Abgang hilft er ihnen ein letztes Mal. Er sorgt dafür, dass die unfähigen Verantwortlichen bei Barcelona den Hut nehmen müssen. Und das Feld frei ist für einen Neuaufbau ohne Messi, klar, aber vor allem ohne Bartomeu. Drittens, Lionel Messi ist der mächtigste Mann bei Barcelona und der teuerste Mann. Der mächtigste Mann, wie meine ich das? Relativ einfach. In den letzten Jahren mussten alle Personalentscheidungen, gut, nicht von Messi gesagt werden, ja und amen, aber Messi musste zumindest Frieden damit sein. Transfers, Verantwortliche, jeder musste zumindest mit Messi klarkommen. Und der Argentinian musste sagen, ja, das ist in Ordnung. Und das ist gar kein Vorwurf an ihm, dass jemand, der so lange in einem Verein ist, diesen Mannschaft so unglaublich prägt und einfach so eine Karriere hinlegt, in seinem Verein, wenn er dann so lange da ist, einen solchen Einfluss gewinnt. Das ist völlig normal, soweit bei Messi irgendwas normal ist, denn diese Karriere ist ja nun einfach mal unvergleichbar. Aber so gut Lionel Messi auf dem Feld auch ist, er ist kein Max Eberl, wenn es um Personalentscheidungen gibt. Messi ist kein Max Eberl, kann man sich Sätze patentieren lassen? Also, zurück zum Thema. Lionel Messi und der FC Barcelona, der Verein ist in eine Abhängigkeit geraten von Messi. Und wie gesagt, nochmal, das ist kein Vorwurf an Lionel, das ist ein normaler Gang der Dinge, aber für keinen Verein der Welt ist es gut, wenn er in eine Abhängigkeit von einem einzigen Spieler gerät. Wenn Messi jetzt geht und dann nicht mehr in Personalentscheidungen involviert ist, dann spart Barcelona, ein Verein mitten in der Corona-Krise, der finanziell eh nicht rosig dasteht, über 100 Millionen Euro im Jahr. Das sind so die Gesamtkosten, die Lionel Messi pro Saison den Verein kostet. Und das würde bedeuten, Bartomeu geht weg, junge Spieler kriegen die Chance und müssen mehr Verantwortung übernehmen und man hat wieder finanziellen Spielraum und niemanden mehr, der kein Experte auf dem Feld ist, kein Max Eberl, und trotzdem in Personalentscheidungen involviert ist. Bedeutet, ein Messi-Abgang könnte der Reset-Button sein, den der FC Barcelona unbedingt braucht. Das ist also der Case für Barcelona. Und warum war es für Messi gut? Weil Lionel Messi nicht mehr viele Saisons hat. Und weil dieser Fußballer, dieser unglaubliche Spieler, jederzeit und in jeder Saison um die Champions League mitspielen sollte. Ganz einfach, ich möchte, dass Lionel Messi immer in einem Team spielt, das den ganz großen Titel gewinnen kann. Und wenn er das jetzt auch nochmal außerhalb von Barcelona tut, denn das darf man nicht vergessen. Einer der Kritikpunkte an Lionel Messi war am Anfang, ja, Xavi und Iniesta servieren dem ja alles, dann war es, er kann es nur in Barcelona. Tja, wenn er jetzt weggeht und bei City dominiert, eventuell die Premier League gewinnt, dann zeigt er es, nein, 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 Freunde, ich kann es überall, weil ich der beste Fußballer aller Zeiten bin. Und das würde seinen Goat-Case auf jeden Fall nochmal untermauern. Diese neue Erfahrung zu sagen, ey, auf meine alten Jahre, wenn ich nicht mehr an meiner Prime bin, gehe ich in eine andere Liga, in die vermeintlich stärkste Liga der Welt, die Premier League und liefert da nochmal richtig ab. Viel mehr könnte er nicht mehr tun, um zu sagen, ey, ich bin's, Freunde. Und das war es auch schon wieder für heute, Freunde. Lasst mich wissen, was ihr dazu sagt. Glaubt ihr auch, dass Barcelona davon profitieren kann? Ich wollte mit diesem Video nicht den Case dafür machen, dass er unbedingt weggehen muss und Barcelona sonst zerbricht. Klar, sie könnten ihn auch behalten und sie würden sicherlich noch ein, zwei schöne Jahre mit ihm haben. Aber es gibt eben bei diesem potenziellen Transfer durchaus auch positive Dinge. Das war's für heute. Auf Wiedersehen.